Jetzt wird gerade der Dirk vorbereitet. Jetzt wird handgegeben, hier. Handgegeben. Das ist der erste Auftritt von Dirk. Ich bin mal gespannt, wie er sich macht. Besser als ich zumindest. Also er kann zumindest reden im Vergleich zu mir. Etwas besser deutsch als du. Ja, ich halte Franke. Der ist keine Franke. Der bräuchte ein Visum hier für Frankenland. Du bist ein gebürtiger Schwabachler? Ja, Schwabachler. Das Zeug dann noch montieren muss bei irgendwelchen...